Musik Servus meine Sportsfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier auf dem Asia Sports Kanal. Mein Name ist Carmine, live und direkt hier aus IQ's Kitchen. Heute mit einem neuen Rezept für euch und zwar werden wir eine High Protein Pizza machen. Das Besondere daran ist, dass wir keine lange Gehzeit vom Teig haben und richtig gute Nährwerte geliefert bekommen. Was wir alles reinmachen, das zeige ich euch jetzt gleich, aber hier wieder der Hinweis, Sportsfreunde Däumchen da lassen, wenn euch am Ende das Rezept gefallen hat und natürlich den Kanal hier weiterempfehlen, damit wir am Ende des Jahres auch die 4000 Abos stehen haben. Mit eurer Hilfe werden wir das auf jeden Fall hinbekommen. Und was wir reinmachen, zeige ich euch jetzt, dann geht es an die Zubereitung und am Ende natürlich mit dem Ergebnis. Und hier haben wir die ganzen Zutaten mal aufgetischt. Wir werden Dinkelmehl verwenden und Magerquark, um den Teig zu zubereiten, mit ein bisschen Backpulver. Das ist alles, kein Ei oder sonst irgendwas rein. Den Backofen, den heize ich jetzt schon mal vor. Natürlich auch die Tomatensauce selbst zubereiten. Hier habe ich einmal passierte Tomaten mit ein paar Stückchen drin. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Oregano. Wir brauchen Pfeffer, Knoblauchpulver und Salz. Obligatorisch natürlich Käse. Ich habe den Leitkäse. Und ich werde noch ein bisschen Spinat drauf machen. Das wird meine Pizza sein, wie ihr sie belegt, ist euch überlassen. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Und ihr werdet sehen, das geht echt total easy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.